Hallo Leute und willkommen zurück im Weißen Königreich von American Magies Alice. Und wir werden jetzt mal hier den Hebel betätigen. Nicht erschrecken und die Türen hier immer auf und zu machen. Obwohl ich gar nicht weiß, was, 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 ach ja, das war mit Enter, genau. Kling, klang, klung. Oh, oh, so ein unheilverkündendes Määau. Okay, dann gehen wir jetzt mal wieder zurück. Kommen jetzt wieder die Stacheln. Ich weiß es nicht. Doch, doch. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. Ich verlaufe mich gerade so ein bisschen. Ach, passt schon. Geh mal nach unten. So, was ist jetzt hier? Warum hat er so Määau gemacht? Geht jetzt die große Pforte mal auf? Kann ich da hinten jetzt lang? Das war doch vorher nicht offen, oder? Das war doch vorher... Nein, das war vorher nicht offen. Das war vorher nicht offen. Da ist auch noch ein Pferd hinter mir. Alle auf einmal. Scheiße. Danke, dass ihr mich beschützt. Echt nett. Der ist nach unten gefallen. Okay, ah man, wo kommt der denn auf einmal wieder her? Nein, nein, nein. Beschütz mich doch mal. Na komm. Nein, nein, oh Mann. Ach man, es passiert immer so schnell. Ach, man darf das Speichern einfach nicht unterschätzen. Ja, ja, ja. Jetzt hier nächste Sequenz und so kommen. Da kann ich nicht lang. Ich weiß nicht, ob es einen schnelleren Weg gibt. Hm. Da kann ich nicht lang. Kann ich einfach hier runter springen? Diese Mocha alleine, so merkwürdig. Ja, ja, hopps. So. Wieder nach hinten. So, wo kommt jetzt das Pferd her? Das habe ich nämlich genau mitgekriegt. Du Arsch. Wie macht er das? Stirb endlich. Auf einmal kommt er aus der Wand aus dem Nichts raus. Das ist so fies. Kannst du da nicht mal hochspringen? Da ist voll das schöne Herz. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Haha. Das finde ich gut. Na, kein rotes Pony. Von hinten, von vorne. Stirb! Ey, ich habe mehrere Male jetzt schon draufgehauen. Hm. Oh, ganz viel Energie. Hätte ich das mal vorher bewusst. Huch. Das hat gerade so gehackt. Hach. Netter Turm. Oder so. Lieber auch mal speichern. Nicht vergessen. Kann ich hinten lang? Nein, aber es sieht unglaublich schön aus, finde ich. Mit diesem Schachfeld über uns. Mit diesem Stern. Oh, das ist so ein bisschen Schwindelgefühl. Aber ich höre schon wieder Fremdlinge. Ich höre schon wieder Böse. Wo, wo, wo sind, wo sind die Bösen? Ich höre sie doch. Ganz viel Energie. Wofür? Muss ich da hinten lang? Ich glaube, ich muss da hinten lang. Ach so, jetzt bin ich wieder so einer. Was mache ich jetzt? Ach so. Da vorne lang. Ja, ja. Geh da ruhig hin. Ich kann ja nur als Springer gehen. Dann geh mal da. Und. Ja. Ja. Nein, nein. Das war nicht so gut. Das war nicht so schlau. Jetzt ist sie tot, oder? Sie ist doch tot, oder? Ja, sie ist tot. Okay, ich bin falsch gehüpft. Das war doof. Wo war das jetzt? Wo, 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 wo kommen die denn her? Die waren doch vorher nicht da. Hä? Das sind die, die ich die ganze Zeit gehört habe, ne? Alter, wie kann man immer diese Erschrecker. Das ist schon böse. Das ist schon fies. Und jetzt habe ich wieder die Orientierung verloren. Komme ich hierher? Ach, hier komme ich doch her, oder? Ich glaube, da, da hinten muss ich rüber. Okay, nach links. Ach, weil ich hier weggelaufen bin, haben die anderen mich gar nicht. Ich, hm, ich verstehe. So. Ich bin das weiße Pferd. Los geht's. Super. Wieder falsch. Aber wenigstens sterbe ich nicht gleich. Kannst du hier hoch? Ja, spring. Spring, 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 spring. Nach dem Hopps, da richtig so ein... Ja, genau. Und jetzt mit festhalten. Hopp, 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 hopp. Sie hoppst natürlich nicht so, wie ich's gern hätte. Hier kann ich doch nirgendwo hoch. Das geht doch nur da vorne. Oder muss ich woanders hin schwimmen? Ich schwimme einfach mal. Hier kann ich doch bestimmt hoch, oder? Na also. Geht doch. Ja, das ist ja gar nicht schlecht. Dann bin ich ja gar nicht so falsch rausgekommen. Gott sei Dank. Aber was für Umwege man sich hier auch immer antut. Echt. Ein falscher Sprung und... Wie hab ich das denn gerade eben gemacht? Da bin ich auch hier hin. Geh' ich jetzt da? Ja. So. 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 Jetzt speichere ich. Getricks. Ja, da kann ich nicht lang. Ich kann ja geradeaus. Da kann ich auch nicht lang. Geht also nur links. Nee. Aber da ist auch ne Hacke. Hä? Da. So. War doch gar nicht so schwer. So. Und jetzt hab ich's doch gleich schon geschafft. Yay. Sehr gut. Nein. Nein. Ich zuerst. Ich zuerst. Ich zuerst. Blöder. Rotan. Da kommen auch schon die Nächsten. Ja, komm. Wenigstens nur ein Bauer. Der ist nicht ganz so schwierig. Kommt hinter mir ein Pferd. Ich pass schon auf. Ich krieg schon Paras hier. Oh Gott. Ich will ja auch vorankommen und nicht ständig neu laden müssen. Keine Tür, wo ich durch kann? Wo soll ich denn dann lang? Hm? Die große Tür. Nehmen wir mal die große Tür. Geht auch nicht. Nenü? Kann ich aufs Dach springen? Hier ging's doch nicht weiter, oder? Nein. Hier geht's nicht weiter. Und die Tür geht nicht auf. Hä? Und wenn ich hier so... Äh. Ne. Geht nicht. Dann muss ich wohl einen Umweg laufen. Oder hier lang? Ah. Okay. Hä? Ne. Quatsch. Den Weg hab ich doch jetzt geschafft gerade. Ist ja auch Quatsch. Warum geht denn die Tür nicht da oben auf? Oder die hier? Ah. Boah. Boah. Ich erschrecke mich immer so. Sehr gut. Dass ich mich auch immer so mit meinem Schlag durch... Mit meinem Schlag, ne? Mit meinem Stab, meine ich, durchschlage. Keine Ahnung, ob die anderen Waffen besser sind. Aber ich sehe, da oben sollen wir hin. Ja, super. Na komm. Nimm's dir. Juhu. Jetzt ist dieser komische Dingskasten besser. Ja. Das war so klar. Das war so klar. Ich hab schon die Augen offen gehalten. Jan. Hab ich dich. Hab ich dich. Da kommen schon die Nächsten. Jan, triff. So, und den Hebel schnell. Na komm, mach. Jetzt bewegt sich das Wasserrad. Das ist gut. Das soll anscheinend in Gang gebracht werden. Aber ich soll jetzt hier nicht einfach runterspringen, oder nein? Ich glaube, ich soll wieder nach unten. Geh hin vorsichtig. Wo kann ich lang? Da. Kann man die Fenster einschlagen? Nee. Ach, ich bin wieder falsch gelaufen. War klar. So. Wo, 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 wo? Ich muss da vorne, glaube ich, lang. Damit ich wieder zurückkomme. Ich speichere mal eben. Nicht, dass ich gleich aus Versehen Fehler mache. Und dann alles nochmal machen muss. Glaube aber, das schaffe ich gut so. Das Wasserrad geht. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was hier so besser läuft. Das Mana kann ich mir noch holen. Jetzt sind wir unten. Und hier kann ich jetzt ins Wasser gehen. Hilft mir das irgendwie weiter? Bringt mich das jetzt weg? Nee, das ist ja gefährlich eigentlich. Oh, ich muss mal Luft holen. Da kann ich raus. War klar. Oh, das waren sogar zwei auf einen Streit. Das finde ich gut. Und hier kann ich auch raus. Tada! Bin ich auch nochmal den Weg gegangen. Und das war es auch schon. Und jetzt kommt das nächste Level. Das heißt Rochade. Ach, das klappte ja ganz gut. Ich bin gerade froh, dass ich durchs Wasser gegangen bin, weil ich gar nicht wusste, ob das der richtige Weg ist. Einfach mal so, hm, das Wasserrad geht jetzt. Vielleicht geht ja dann die Tür auf. Die ich vorher gar nicht konnte. Hö, hö. Nein, aber einfach mal ins Wasser. Ich wollte eigentlich auf der anderen Seite irgendwie rauskommen, um den schnelleren Weg zurückzunehmen. Aber da war die Tür und die hat sich jetzt geöffnet. Finde ich gut. Denn ich fand das jetzt echt ein bisschen langzehrig sonst, wenn wir nicht langsam auch ins nächste Level kommen. Aber ich finde das ganz gut gemacht, dass man nicht so eigentlich so super lange an einem Ort ist, in einem Level. Also das für Abwechslung gesorgt ist. Dafür mag ich die Alice-Spiele auch sehr gerne. Beziehungsweise das hatte ich mir auch erhofft, dass das jetzt so im vorigen Teil von Alice Madness Returns auch der Fall sein wird. Sehr vielseitig und sehr fantasievoll. Genauso, wie ich es mag. Oha, überall voll die Leichen. Hey, Leute, was ist los? Hallo, hu hu. Oh oh. Ja, das war klar, das war klar. Ich brauche eine andere Waffe. Äh. Scheiße. Ich mache mir hier tausend Wände. Geh weg da aus der Ecke, geh weg da aus der Ecke, geh weg da aus der Ecke. Okay, da ist ganz viel Energie. Ich suche diesen Würfel. Wo ist er? Wo ist mein Würfel? Da ist der Würfel. So. Kleiner Dämon, wo bist du? Ich brauche dich. Und den wollte ich auch haben. So, die brennen schon mal alles, finde ich hervorragend. Du kannst auch mal brennen. Nein, jetzt brenne ich. Das ist nicht gut. Jetzt hör auf zu brennen. Ist gut jetzt, Alice. So, das Pferd ist kaputt. Ich kann mir die Energie holen. Perfekt. Ach, ich mag unseren Dämonenwürfel. Auf den ist immer Verlass. Man muss dann nur ein bisschen in Bewegung bleiben, aber geht. Und wenn man erstmal so ein bisschen Zeit hat, kann man auch gucken, welche Waffe kann ich denn jetzt mal nehmen. Kann ich jetzt jede Tür hier ausprobieren oder was ist jetzt hier los? Welche Tür soll ich denn nehmen? Oben ist noch ganz viel schöne Energie. Einfach mal geradeaus laufen. Da kommen die doch alle her, oder? Uh, da ist diese eklige Zunge. Ihhh. Ja, ich kann hier durch. Oh, ich speichere mal. Ich habe das ja jetzt gerade geschafft. Das war klar. Lass meine Freunde in Ruhe. So, das haben wir. Ah, es ruckelt immer gerade so ein bisschen. Es liegt aber halt auch daran, dass ich das Spiel so hoch skaliere. Also das Spiel ist ja einfach eigentlich viel, viel kleiner. Das habt ihr am Anfang in den ersten Parts gesehen, wie es eigentlich aussieht. Aber wie, ich habe das ja hochgedingst und, äh, uah, okay. Ich muss mich erschrocken, ey. Erschreckt mich nicht so. Alter. Uh, ja, äh. Und dann kann das immer mal sein, dass es so ein bisschen nachzieht. So, da kommen schon die Nächsten, ne? Ich sehe es schon. Oh, der hat es aber in sich. Schnell, 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 Alice. Scheiße, nicht geschafft. Boah, der ist hart. Der ist hart. Der ist nicht so einfach. Jetzt muss ich die anderen nochmal machen. Voll die Mauer. Hilfe. Oh, oh. Oh, oh. Wackler. Wackler. Nein, dann brennen ja meine, meine, meine guten brennen. Oh nein. Oh, es tut mir leid. Ich wollte euch doch nicht zum Brennen bringen. Oh, scheiße. Das war ein bisschen, nein, das ist nicht gut. Den Feuer, Dings, da ist der, äh, äh, Dämonenwürfel besser. Und der schadet wenigstens meinen anderen nicht. Aber da oben ist es, glaube ich, besser. Überall noch nicht gewesen. Die Pferde sind so schnell, die Pferde, so schnell. Und dagegen kämpft sie viel zu langsam. Komm. Ja. Puh. Okay, speich. Nein. Was? Trockene Landung? Hä? Wie, was, wo? Was? Wieso trockene Landung? Wieso bin ich denn jetzt schon im nächsten Level? Oder ist das, hä, hatten wir das nicht schon? Momentchen. Ich muss gucken. Was ist hier los? Was ist, was? Nein, hier ist was richtig, richtig falsch gerade. Irgendwas habe ich gerade falsch gedrückt. Was ist, habe ich denn bitte falsch gedrückt, dass, dass ich jetzt wieder hier bin? Hä? Hä? Ganz strange. Ganz, ganz strange. Ich bin in Rochade und nicht in Trocken. Ich wollte gerade sagen, das hatten wir doch schon. Hä? Vor allem, ich wollte speichern. Und das hat einfach geladen. Manchmal ist das Spiel auch ein bisschen komisch. Mann, oh, jetzt muss ich das nochmal machen. Mehrfähig. Ja, so geht's natürlich auch mit dem Eisstab. Das ging jetzt eigentlich recht fix, hätte ich gar nicht gedacht. Behalten wir den mal in der Hand. Und nochmal, das Ganze kommt schon, Leute, kommt schon. Es läuft ganz gut. Eigentlich ist der Part schon zu Ende, aber ne. So, und jetzt speichere ich aber nochmal. Ja, eben. Bin ich wohl irgendwie richtig, richtig schnell auf Laden gekommen oder so. Anders kann ich mir es nicht erklären. Euch da oben mache ich auch noch fertig. Ja, das Eisding ist cool. Muss ich sagen. Also geht gerade schnell, ist relativ ungefährlich. Kann man empfehlen. Und hier kommen bestimmt jetzt auch noch mehr. Ach ja, hier speichere ich jetzt aber mal. Und wir sehen uns im nächsten Part. Der wird nämlich sonst zu lang. Obwohl ich ja gerade zugeben muss, es Spaß macht. Aber okay, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Wir sehen uns im nächsten Part. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Und wir sehen uns im nächsten Part.